Ich denke, wir sind im Moment an einem ganz spannenden Punkt, wo viele einzelne Akteure in den Institutionen schon neue Wege gehen, sich untereinander vernetzen, aber die Institutionen da noch nicht nachkommen. Und ich bin nicht sicher, ob die Institutionen überhaupt nachkommen können. Man sieht, dass die Leute, die sowas machen wollen, auch Wege dafür finden. Die schaffen sich aber ihre Infrastruktur eigentlich selbst. Die haben eigene Kanäle, auf denen sie kommunizieren, auf denen sie sich vernetzen. Die benutzen Werkzeuge und Plattformen, die nicht von den Institutionen bereitgestellt werden. Um das mal ganz konkret zu sagen, die meisten Menschen, die da zusammenarbeiten, arbeiten nicht über ihre Uni-E-Mail-Adresse, sondern über ihre Google-Mail-Adresse zusammen, weil sie ganz viele Tools von Google nutzen für ihre Zusammenarbeit und nicht die Tools, die die Uni ihnen zur Verfügung gestellt hat. Und das funktioniert schon, da entstehen viele Projekte draus. Das wird aber getrieben von den einzelnen Menschen, die das interessiert und nicht von den Institutionen. Ob die Institutionen das können, diesen Wandel, da bin ich nicht so sicher. Denn das Digitale hat eben eine Eigenschaft, es löst Grenzen auf. Und eine Institution ist eben durch Grenzen definiert. Und selbst wenn die sich viel Mühe gibt und alle Beteiligten sagen, wir wollen jetzt aber wirklich uns öffnen, bin ich immer noch nicht sicher, ob das wirklich funktionieren kann. Die bisherigen Strukturen sind eigentlich dem genau gegenübergestellt. Im Moment ist es, denke ich, wirklich schwierig für Politik oder für Entscheider auf institutioneller Ebene, was man machen kann. Man kann sowas wie eine Institution eben nicht so schnell umbauen, wie es der technologische Wandel im Moment vorantreibt. Was man machen kann, ist denen, die was machen wollen, den Freiraum geben. Zu sagen, okay, wenn ihr loslaufen wollt, geht. Dann müsst ihr nicht unbedingt das machen, was wir hier bisher immer so gemacht haben, nur weil es bisher immer so war. Sondern ihr könnt da was ausprobieren, ihr könnt neue Formen finden. Im Zweifelsfall gehen wir auch ein Risiko ein, indem wir euch was machen lassen, was dann auch scheitern wird. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man neue Sachen ausprobiert, dass davon ein großer Teil nicht klappt. Und wenn man da Rückendeckung gibt und sagt, okay, im Zweifelsfall bin ich dafür da, dass ihr hier Sachen ausprobieren könnt. Politisch oder in der Organisation. Dann ist das schon mal eine große Hilfe für die, die was machen wollen. Was im Moment passiert, was im Moment passieren könnte, ich bin nicht sicher, ist, dass es eine Parallelwelt gibt in der Ausbildung, in der Hochschulwelt. Dass es die alte Welt weiterhin gibt, dass man weiter so studieren kann, wie die Institution das vorsieht. Dass es aber daneben ganz viele hauptsächlich digital getriebene, vernetzte Angebote gibt, wo man Sachen nach eigenem Interesse lernen kann, nach eigenen Präferenzen lernen kann. Wo dann ganz häufig man auch nicht sowas wie ein Zertifikat oder Credit Points oder irgendwas dafür kriegt, sondern man kriegt das, was man eigentlich will, vom Inhalt her, von der Lernform her. Und ob diese beiden Welten weiter auseinander gehen oder tatsächlich zusammenfinden, vermag man 2015 nicht zu sagen. Mein Verdacht ist, dass sie erstmal weiter auseinander gehen werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.